hallo moin also wie sie sehen man kann aus lego ganz ganz viel bauen unter anderem auch die bremische bürgerschaft das parlament in bremen michael reimann hat mit seinem team eine limitierte auflage von diesem wunderschönen haus in lego geschaffen und dieses jahr könnt ihr am zweiten advent auf dem youtube kanal von ihm sogar dieses dieses tolle lego stück hier ersteigern und das ganze hat auch noch einen richtig guten zweck und zwar für den verein von trauerland insofern würde mich freuen wenn möglichst viele auf dieses lego modell bieten würden alles klar bis dann